Ich komm da grad nicht dran, da steht irgendwer vor, Sven. Ich? Steht er vor? Ja, ist nicht schlimm, mach du mal. Also was soll ich auf jeden Fall mitnehmen? Mein Rucksack. Ach, du hast Fleisch rausgetan, Sven. Das war übrig, das war übrig, Dennis. Ist hier draußen noch alles frei? Ja, sieht gut aus. Ja, ich hab hier alles weggeknallt. Wo ist denn der Rest von den ganzen Leuten? Wir sind in der Baracke. Achso, dann lootet mal den, bevor der Leiche verschwindet, Alter. Warte doch, ich weiß nicht, wo der ist. Im ersten Raum. Neben dem dicken MG. Hier ist er, ah, hier ist er doch. Jaja, hier ist das fette MG. Ja, willst du das haben, Dennis? Wie kann ich denn den Rucksack losen? Da ist auch noch eine Silence-Waffe. Boah, Alter, du hast ja voll viel Zeug. Die Binoculars kannst ich doch, glaub ich, zwei nehmen, ne? Du musstest in deinen Rucksack packen, in deinen Rucksack die Sachen. Die M9 SD-Munition war auch deine, ne? Nee, nee, das lag da rum, die... Achso, ja wunderbar, dann hab ich jetzt noch Zweitwaffen. Jupp, ja, jetzt hätt ich sie mir so'n Nagel gerissen. So, ja, ja, du kannst ja von mir auch so'n... Bei mir kann ich die Sachen nicht nehmen, Alter. Na, einfach schon. Aber nehmt bitte den Revolver mit, ja. Und den Rucksack? Ja, den Revolver hab ich eingepackt. In deinem Rucksack war nix drin. Ja, den Rucksack will er ja mithaben, den müssen wir mitnehmen. Dann ziehen wir unseren Rucksack, in den Hubschrauber packen und dann meinen nehmen und auch den Hubschrauber packen und seinen wieder rausnehmen. Ja, mach ich jetzt gerade. Ja, gute Idee. Machst du schon? Ja, ich pack jetzt meinen in den Hubschrauber. Revolver hab ich. Huntingknife hab ich... Nee, aber die Hatchet hab ich, dein GPS hab ich. Deine Box of Matches hab ich. Ja, ja. Wichtig ist die Kinn. Und sie ist weg. Blood-Back ist weg. Briefsteak, haben wir genug. Oh, die Starnak, die brauchen wir. Hier sind noch sechs Starnak-Magazine, Alter. Ja, nehm die auf jeden Fall mit. Ja, ja, ich hab wieder vier. Also, weil ich geschlafen bin. Das sind gleich zehn, ist doch cool. Warte, mach hier mal ein bisschen Platz, bitte. Denk dir mal das Zeug hier noch mit. Ich hab... Mein Dings ist voll mit Starnak jetzt. Ja, ich hab jetzt noch ein Blood-Pack mitgenommen und die Flasche. Was seid ihr? Ich hab da auch noch ein bisschen Inventar. Ja, ich hab die denn. Okay. Gehen wir mal durch. Seid ihr hier in dem langen Gebäude, oder? Ja. Ja, in der Barrack. Nein. Pack mal die Sachen. Hast du noch Platz? Dann pack mal die Sachen hier. Was ist mit dem Gewehr hier? Das pack ich mal bei uns in den Heli, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, pack das bitte rein. Und die AK auch, die hier liegt. Die AK auch? Ja. Ja, das war meine alte AK. Ich hab die andere genommen. Ja. Hier liegt meine M4. Lass die einfach so liegen, die M4. Ja? Weil die Magazine und so, die brauch ich. Also nicht alle, aber... Ey, ich hab noch eigentlich jede Menge Platz. Wer steht denn da hier? Ach, der Sascha steht da. Ja, ja, ja. Ich blute hier noch ein bisschen. Ja. Guck da auf jeden Fall durch die anderen Räume da. Geh mal durch. Dennis. Ja, warte, ich bin dabei. Jetzt muss ich gehen, ne? Hm? So, jetzt nehm ich hier noch die Stannahx mit. Ja, das Gewehr ist auf jeden Fall fett. Ich kann noch was neben. Aber das will ich eigentlich nicht haben. Ich hab noch Platz. Du hast in den Heli. Ich will auf jeden Fall meine M4 wieder haben. Gibt's irgendwas, was du unbedingt haben möchtest? Nochmal, oder? Meine Waffe und mein Rucksack. Hab ich. Rucksack haben wir, Wasser haben wir. Munition haben wir. Dann kann ich ja... Ja, ein bisschen... Genau, die Waffen und vielleicht ein bisschen was zu snacken und so. Und Morphium und das wichtige Zeug halt, ne? Die G6... Ja, deine Waffe... Ja, meine Waffe nehm ich mir jetzt. Die G36 ist meine. Achso. Die hab ich wieder hingelegt, weil ich... Wo seine Waffe ist. Ja, dann bin ich wieder zurück. Die M4 gehört dem Dennis, ne? Okay. Mhm. Die Magazine auch? Ja. Na ja, gut. Dann hab ich nichts mehr zu tun hier. Die Knarre lege ich jetzt in den Heli. Wenn das geht. So. Guck nochmal, ob die Zombie-Slayer... Ach, Zombie-Slayer. Okay, Video Nummer 3 auch hochgeladen. So geil, ja. Alter, ich komm nicht an meine scheiß M4 ran, Mann. Haha. Wir helfen. Obwohl, wer stand denn so auf die G36, dann schenk ich sie dir. Der Ravi war's. Ich? Aber eigentlich, ich hab jetzt ein Scharfschätzungsgewehr. Okay. Aber, ja. Ja. Ey, davon gibt's so viele. Glaub mir, die G36, wenn wir jetzt noch ein bisschen, wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen, nur Huchschrauber-Spawns zu suchen, äh, dann kriegen wir so viele G36 knarren. Ja, das wird richtig, weil ich würd irgendwann auch mal gerne wieder auf die umsteigen. Aber jetzt hab ich grad das Scharfschätzungsgewehr, da werd ich erstmal ein bisschen mit rumzocken. So, ich tu den Revolver noch wieder da rein. Hat irgendjemand zufällig ein AK mitgenommen? Äh, nein. Die im letzten Raum lag? Nee, im ersten? Im ersten, nein. Im letzten lag ne AK. Guck mal ganz endlich. Deine alte AK meinst du, ne? Ja, einfach mal da rein. Hä? Deine alte AK. Nee, ich find meine jetzt nicht. Deine alte. Hier liegt noch ne AK. Wer ist denn dieser Revolver? Wo find ich denn die nicht? Durch? Jo. Ah, da ist er doch. Ah, das klemmt. Jetzt. Da kann ich mit 20 mal nicht die Tür. Da kommt irgendwas. Äh, wo ist denn mein AK hin? Ja, da ne alte AK liegt ganz hinten. Ja, aber meine gute AK ist weg. Und wo kommt der? Da rechts geradeaus. Bestimmt hat die OGs mit in den, äh, in den Apache genommen, oder nicht? Ja, bestimmt. Weil ich hab mir nämlich hier zu 100 Pistole gerade. Was? Ja, auf jeden Fall liegt ganz hinten. Das fette Maschinengewehr hab ich in den Dings getan. Du kannst das sonst nehmen. Nee, ich will aber die AK haben eigentlich. Guck mal, ganz hinten im Raum liegt noch da ne alte AK. Die, nimm die auf jeden Fall mal mit hier in den, in den Helikopter. Wisst du, die tun wir auf jeden Fall dann auch in den, in den, in den, in den, in den, in den, äh, in den Heli, falls wir die nicht... Vielleicht, äh, guck mal um die Hubschrauber rum, vielleicht, äh, ist das viel voll. Nö, der ist noch nicht voll. Ich hab gerade erst noch, äh, Waffen da reingetan und so. Nee, der ist noch nicht voll. Brauch mal, sind da Antibiotics drin? Äh, nee, glaub nicht. Achso, ich wollte mal die Starnak da reintun. Ich hab neun Starnak-Magazin, da brauch ich nicht so viele. Vier Stück sollten erstmal reichen. Jetzt ist er, glaub ich, voll gleich. Das seht ihr oben an den Zeilen. Die Mitte ist, ähm, es ist da, die Slots für normale Sachen. Die Leute, die ersten sind für Waffen, äh, und das letzte, keine Ahnung. Achso. Check ich, glaub ich, oder was? Guck, keine Ahnung. So. Da waren nur noch Binoculars von dir, ne? Oder habt ihr die schon gelootet? Weil dann tu ich meine rein und hol mir die, jetzt deine. Dann kannst du die da gleich rein. Lass uns mal seinen Huntingknife und so'n Scheiß noch mitnehmen, oder? Hab ich schon, hab ich schon wiedergefunden. Hab ich schon wiedergefunden, hab ich schon wiedergefunden. Alles klar. Nö, meine Waffe ist tatsächlich nicht mehr dran. Dann ist die, dann, ja, man darf die halt nicht auf den Boden legen, wenn sie die Zwischenlagern im Hubschrauber sollen. Weißt du mal, wenn man die... Ich hatte die in meinen Rucksack getan. Ja, dann hast du die in der Hand, normalerweise. Man kann Waffen nicht in den Rucksack. Guck mal, wo bist du denn, Sven? Ich hab mir jetzt gerade einfach mal das fette Gewehr genommen. Ja, okay. Ja, ist auch okay. Ein paar wollte ja eh keiner haben. Nö, ich hab noch noch Scharfschutz im Gewehr. So. Ja, das ärgert mich halt voll, weil das war halt... Wo ist der? Ach, der hebt grad wieder ab. Naja. Von dem ist der... Was ist das für ein Hubschrauber? Da ist der Ronk drin. Von dem... Ne, warte mal kurz. Wir chillen gerade mal hier. Wer weiß, dass der macht. Ich geh ein Stück in den Wald rein. Das ist... Das ist... Der hat doch Bewaffnung, oder? Der Little Bird. Ja. Das ist ein AH-6. Ja. Ne, ist ein Little Bird. Ja, also da ist der Little Bird. Ja, so da ist der Little Bird. Ja, so da ist der Little Bird. Ja, mein Gott. Ja, ich hab gerade nur ne Beschriftung... Ich hab nicht... Ja, der fliegt weg. Alles gut. Gut. Ist die Frage, ob der überhaupt gesehen hat, dass wir da sind. So... Flo, wo bist du denn jetzt gerade? Ich würd sagen, wir sollen ihn nicht erstmal ein, oder? Da, wo alle irgendwie... Da, wo alle irgendwie sollen. Solitschki. Da drüber. In dem... Wär super, wenn... Ich brauch dringend Antiviotics. Okay, er landet hinterm Wald. Ja, dann setzen wir uns mal in Hubi... In einem Kilometer. Ja. Nehmen wir mal gerade was zu essen raus und fress das gerade mal, damit ich... Ähm... wieder ein bisschen Blut kriege. Ja, wir können auch erst ganz kurz zum... äh... Zum Camp zurückfliegen und dann kannst du dir dann mit sicherten Antiviotics rein... Ich hatte dort glaube ich ne... Ne, ich hatte keinen mehr, das hab ich genommen gerade. Oh, ich muss noch was trinken. Ja, ich würd nämlich auch gerne Munition für mein Scharfschützengewerb im Camp holen. Okay, dann ab. Ja, okay, dann fliegen wir erst ans Camp. Alles drin? Moment. Ne, einer fehlt noch. Sven fehlt noch. Ja, ich trink grad noch kurz. Okay. Schmeiß nur schon die Motoren an. Dauert ja immer einen Moment, bis der auf Drehzahl ist hier. Oh, bin da. Alles klar. So, warte, ich mach hier... Navigator wieder. Genau, mein Navigator. Dennis, dann bist du froh, dass du endlich mal auch was kannst, ne? Ist so. Das macht sowas gut. Also, wir müssen erstmal orientieren, wo der Navpoint ist. Okay. Ja, nichts auf jeden Fall. Fuck. Jupp, 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 jupp. Moment, lass ich jetzt mal höher in Höhe gewinnen. So? Weiter. So optimal. Okay. Noch ein bisschen nach links und dann geradeaus. Ja, so. Ja, hier in dem Heli war's. Irgendein Umschraub muss mir bitte abholen. Ja, du bist ja auch noch nicht da. Ich bin noch nicht fliegen, bitte. Mini-Bird. Nein, nein. Das ist nur Motor. Wie komm ich denn an die Gear dran? Musst du einmal rumbewegen. Da ist nicht mehr viel drin, ne? Nur noch Stangen, Magazine und... Jaja, die brauch ich halt. Das Bloodpack war ich so frei, hab ich mehr genommen. Ist denn da Antibiotics drin, ne? Ne, ne. Also, wo genau muss ich jetzt hin? Ja, genau. Wo wollen wir denn jetzt genau hin? Ist überhaupt noch jemand auf der Karte? Äh, da bei dem Punkt, wo wir eben waren? Ist da noch jemand? Wie weinst du das jetzt? Ja, da wo wir eben waren. Ist da noch jemand? Ich glaub nicht, ey. Ja, ich brauch jetzt aber so langsam... Weil da noch ein Little Bird steht und noch ein UH-1. Ja, lass die Scheiße stehen. Also, der UH, lass den mit den... der UH-1. Das ist okay. Das ist okay. Alles andere bleibt da liegen. Lassen wir den Minibad hier? Ja, ja, lass den hier stehen, ey. Okay. Okay, ich, ähm... Was ist jetzt mit dem... mit den 14.100 ran, weiß ich nicht. Wollen wir jetzt da machen, oder wo ist ein anderer Punkt? Ja. Dann müssen wir mal ein bisschen drüberfliegen, und dann, ähm, was müssen wir dort machen. Fahr einfach schon mal in Richtung Küste. Ja, komm mal da. Ja, auf der anderen Seite. Also nach Osten. Das ist einfach nach Osten jetzt, ja? Ich bin mit den Rindsven. Also, wir liegen dahin, wo du zuerst gesagt hast, richtig? Ja, ja. Dann, äh, sag mal die Richtung der Nuss. Ja, ich mach den Lasspoint gerade. Wir können auch nochmal, ähm, wir können auch nochmal umsetzen. Ja, eben, wir fliegen jetzt erstmal dahin. Also, wie heißt der Punkt? Ungefähr? Warte. Warte. 014. 014. Rechts, links. Ja. 6. Oben, 133. Was? Oben, 133. 133. Und wie viel links? 6. Äh, 14. 014. So was, wenn... Nee, der jetzt noch nicht autoren. Nein, der jetzt nicht mehr. 133. Ach, da haben Wasser direkt. Ja, alles klar. Ja. Da machen wir's mal. Ich steh' jetzt einfach dran, da muss. Nach Osten, ja, denn... Ja. Wenn ich noch ein bisschen mehr links hättest... Ober mir ist ein Hubschrauber seid ihr das? Ja. Ich fahr' hier mal durch den Wald, damit ich nicht gesehen werde. Guck mal, wie sieht's denn das? Nee, bis jetzt sehe ich nicht. Eine Straße? Wer ist auf der Straße? Nein. Ja, natürlich nicht, Alter. Das wär' zu einfach. Also ich werd' ungefähr in zwei Tagen da unten ankommen. Also Nord-Osten, ja. Nee, nee, das ist doch die Stelle, wo es in der Vögel ist. Ja, ja. Ich hab' gesehen, vielleicht noch Server Restart. Ja, wir müssen gleich, wenn wir das Camp eröffnet haben, erstmal wieder ganz gut chillen. Und ich muss auch eigentlich was trinken. Aber egal, es ist ja nicht mehr weit. Ich war noch 10.000 Meter, Alter. Naja, wir müssen ja relativ schnell hinfahren. Dass er sich den Platz auch genau neben uns aussucht, Alter. Ja, das finde ich nicht. Ja, das ist halt der entlegenste Punkt der Karte, weißt du? Das ist halt eigentlich relativ wahrscheinlich da. Dass da jemand hinfliegt. Naja, dass er jemand sein Camp macht, nicht, dass da jemand hinfliegt. Alter, ich brauch' scheiß Antibiotics, Mann. Ja, Peter, das lässt sich ja schneiden, wo das Camp ist. Ähm, du hast auch noch keine Antibiotics gefunden da unten, oder? Nee, keine Gute. Ich musste ja mal eine, die ich hatte, selber nehmen, ey. Sonst lass ich mich nochmal von den Zombies weggnaschen, ey. Ja. Das ist einfach so, dann start's, brauche ich wieder neu. Ja, ich lass mir einfach gleich von irgendjemand von euch noch mal Transfusion, glaube ich, geben. Ja, ich kann dir eins geben. Ich hab eh nur eins gefunden. Dann hab ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich muss halt echt was trinken, so langsam. Sag Bescheid für Dero. Ja, ja, was soll, musst du doch so raus. Ich dachte, ich erzähl. Wie viel? 6.000, ein bisschen nach rechts. Ja, das ist gut. 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 Boah, meine Außenspiegel, deren schon fünfmal abbreitet. Ich fahr hier so dicht durch den Wald. Denk dran, Philipp, falls du das nicht schaffen willst, solltest vorm Restart, dass du aussteigst, ne? Ja. Ja, nein, hier bist du ja relativ schnell hingefahren, egal wo es in die Straße geht. Wir sitzen eigentlich bei mir im Helikopter. Was? Ich? Ah, sorry. Du? Ja, du. Ich kämpfe noch ein bisschen rechts. Wo muss ich denn eigentlich hin, Joe? Ich weiß ich denn nicht. Weil jetzt sehe ich den, ich kann dem Helikopter nicht mehr folgen, der spackt. Du, der ist da unten rechts. Ah, nein, jetzt sehe ich ihn. Ich flieg was tiefer. Ihr seid auch bei uns in der Nähe. Ja, ja, ja. Wir fliegen hier hinterher. Drück mal Camp Head ein. Auch gut, dass du nicht merkst, dass du verfolgt wirst. Wir fliegen jetzt schon dann mal in Camp. Aber da ist ein Hubschrauber hinter uns. Ja, wir hatten schon das Camp umsetzen. Wir wurden, der Typ, der rockt in der Acht schon wieder hoch, hat schon eine Camp-Demo gemacht. Okay. Ja, wir haben eigentlich Glück gehabt. Wollen wir? Wollen wir ihn nicht als Nachbarn haben? Nein. Nein, okay. Also ziehen wir um. Noch ein bisschen nach rechts, Sven. Ich habe nur gesehen, da war auch Vorsprung, habe hier nur Hubschrauber gesessen. So, jetzt hier irgendwo, da auf diesem fein Feld kannst du landen. Siehst du das da? Ja. Das ist super. Da landen. Optimal. Mach auf jeden Fall den Autofahren. Ja, ja. Wollte nichts riskieren. Nur noch ein bisschen nach rechts, vielleicht? Ja, ich sehe das. Ich spiele da oben. Ich kriege erstmal was zu machen. Ja, nicht zu tief. Wir sind gleich schon in den Bäumen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Keine Sache. Oh. Wo denn hier? Bei den zwei Einzelnen passen da, oder was? Ja, ja. Einfach hier, bitte. Wiegt nur den anderen Heli mal schon. Das ist ja auch für die Fahrer, ja. Boah, ich bin gerade mal einen Kilometer gefahren, Alter. Junge, ich habe noch neun Kilometer vor. Oh, achso. Mad Max was killed. Ja, das war ja. Oh, Joe, was machst du? Ups. Der Wunde hat doch super funktioniert, oder? Gehst du noch? Ja, ja. Ich bin ohnmächtig und tot. Ja, ich habe jetzt vielleicht geht jemand an. So brauche ich nicht. Wie kann man sich Zelte bauen? Ja, du musst eins finden. Der hat einfach schon drei. Wir haben es eben kaputt gemacht. Ja. Dominion, grüß dich vorbei. Ja, nett von dir. Ach, Dennis, du wolltest ja Blood Trunch spüren haben. Alles gut? Ja, ich habe... Du darfst dich dabei nicht bewegen, Sven. Ich habe aus dem Geben schon mal einige gegeben. Ja, okay. Viertel HP, das weiß ich nicht. Okay, ich bin bei Elektron sporn. Optimal. Dann gehen wir jetzt auch direkt hinten, oder? Ich glaube, ich mir... Joe, willst du mein Gewehr haben? Warum? Weil ich mir... Ich habe hier eine AK, die ist okay. Na gut. Ja, ich habe mal einen Blatt weg, das ist gut. Ich bin mal kurz durch die Elektronik. Also die G36 steht rein an der Abrechse. G36 auch mal. G36 auch mal. Kommt da auch Steinax rein? Nee, ich habe die G36 mobil. Die G36 mobil. Nein. Nein, nein. Da passt alles rein. NATO Munition. Ganz normale, die fünfmal irgendwas. Gibt doch... Gibt doch... Trommelationsmagazine. Ja, du kannst auch Trommelmagazine reinpacken. Ja, genau. Also ich bin mit meiner M4 eigentlich super zufrieden. Okay, jetzt holen wir den Floor ab und gehen schnell nach Elektro, oder? Ne, ach, der Ravi fehlt ja noch. Ja, ja. Aber der Ravi muss ja eh noch hier hinfahren. Ja, das dauert doch. Ja, ich muss noch 7000... Hast du wo bist du denn? Ja, mittendrin halt, ne? Ich muss noch 7km fahren. Ey, Ravi, ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn er auf der Straße fährt, weil man schneller fährt, ne? Ja, aber dann sieht er mich vielleicht. Ja, na, dann fahren wir ruhig bis auf der Straße, bis er sich wieder gefunden hat, ja. Ja, ich muss erstmal eine Straße finden. M? M drücken gucken? Ja, ja, aber ich fahre jetzt erstmal in die grobe Richtung. Ja, dann wer fliegt? Ja, aber wenn ihr den Floor abholen oder was? Ja, ich brauch halt auch eh... Ja, es reicht, es reicht. ...Antibiotics. Du meinst nur die neuen Koordinaten für unseren Camp aufschreiben. Ach ja, das wäre nicht schlecht. Gute Idee mit dem Aufschreiben. Ja, Fälle und Stift, ne? Auf und immer wieder. Ja, das finde ich ja blöd, dass die das bei Daisy nicht auch eingeführt haben. Dass man sich so ein Notizblöcke finden kann, oder so. So, wer möchte mit der Flur abholen? Kann ich mir das M9-Magazin hier jetzt nehmen, oder brauchst du es? Nimm es hier, wenn es das dann nicht ist da drin. Ja gut, hätte er sein können. So, ich fliege auf jeden Fall mit. Gut. Noch mehr mit? Ich auch. Ich locke erst mal raus. Okay. Ich bleibe dann erst mal hier. Keinen Quatsch. Noch Kacke oder was? Hast du das gefunden, ja? Das ist das Camp, ja? Okay. Okay. Nee, wir müssen kurz gucken. Mutter ist beim Nachbarn hier und Vater ist gerade einkaufen. Kommst du heute Abend nochmal an? Ich stehe schon. Ich melde mich auf jeden Fall mit dir nochmal. Alles klar. Wo in Elektro bist du denn? Mitten drin, wir treffen uns am Krankenhaus oder so. Okay, ich mach da einen Nachbarn hin. Ich werde nochmal in der Scheibe gefunden. Oh, muss ich noch weit fahren, Alter. Ja, Philipp, du kannst ja nachher nach... Was denn? Was ist das ausgesucht? So. Wohin? Nach links um 90 Grad. Stopp. Und geradeaus. Ja, weil es anfänglich sein. Ja, das kann man da in der Entfernung einstellen. Das ist quasi so ein... Da zieht man ein bisschen höher. Das ist so... Aber eigentlich brauchen wir das. Ich glaube, ich stelle mal auf S an oder so. Keine Ahnung. Der sagt mir ja nicht mehr endlich, wenn er zu seinem Lager kommt. Waren wir nicht, da war jemand anders. Ja, genau. Oh, ich hätte den treffen sollen, Alter. Dann wäre der irgendwo im Arsch der Welt gespawnt, ohne alles. Ganz alleine. Dann hätte ich mich kaputt gelassen. Ja, okay, wäre schon asozial. So wissen wir, dass es immer noch jemanden in dieser Welt gibt, der uns in das Klochen... Dann müssen wir mal tanken nehmen. Ah, geht. Wir haben noch... Es reicht für den Hin- und Rückflug, glaube ich. Sehr gerne. Da hinten ist ein Heli-Crash. Wo denn? Rechts von uns. Seht ihr diese Rauchwolke? Das ist eine Markierung. Geht mal hin. Geht mal hin. Ich laufe noch ein bisschen durch die Länge. Kann nicht. Ich habe eine Markierung gesetzt. Ich meine, die wäre richtig. Gerade nochmal genau gucken, wo das war. Wo war das denn jetzt? Hier können wir rauf fahren. Siehst du? Nein, sehe ich nicht. Ich bin jetzt einmal im Kreis dazu. Vielleicht war das nur ein Baum. Und der hat sich einfach schlecht geladen. Hinter dem Berg? Ach, da, da. Doch, da rechts. Genau, da in dieser Einflugschneise. Ja, ja. Oh, noch fünf Kilometer. Schade. Da landen wir jetzt. Lass da bitte Antibiotics drin sein. Da bin ich schon wieder ein Fünftel oder so gut vorgebracht. Hat dir das Blatt weg nicht geholfen? Doch, doch. Ich habe das ja ziemlich spät. Aber auch erst in Anspruch genommen. Das Problem ist, wenn du eine Infektion hast, dann verlierst du grundsätzlich. Na ja, gut. Ja. Oh, er slidet. Ja, ich merke. Warte mal, ich stelle mich. Ja, so geht's. Da kann ich dich nicht lösen. Du musst an den Heck gehen. Oh, er rutscht runter, er rutscht runter. Ich starte immer. Ich bleib einfach in der Luft. Ja, okay. Das geht mir nicht. Das geht mir nicht. Das geht mir nicht. Ey, hier kann man ja gar nichts tun. Was ist denn da los? Entschuldigung, mein Produkt. Weiße. Nein. Ich bin wieder drin. Ja, mich zu sehen. Jo. Dann auch. Alles klar. Gerade. Okay, ab nach Elektro. Ein Stück nach links noch. So? Nee, noch ein Stück. Ja. Noch ein Stück nach rechts. Ja. Noch ein Stück nach rechts. Ja. Da. Ja. Ja. Da. Ja. Ja. Da. Ja. Da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir fliegen nach Elektro. Ja, ja, aber wohin da? An's Krankenhaus, gucken, ob da irgendwas ist zum Looten. Kann ja, weiß schon. Es sei denn noch ein paar... Irgendes E-Pi, irgendwas zum Spiel und sowas. Ich hab nicht genau, da war ein Rack. Ja, ich bin am Meer. Bist du da? Nee, noch nicht. Scheiße. Vielleicht sind hier irgendwelche Inseln vor mir. Ja, du bist ein bisschen vom Kurs ab. Einfach nach rechts, dann sind wir gleich da. Wir sind nur noch 1700 Meter. Ja, so, genau so geradeaus fliegen. Ja, das ist schon. Mein Rucksack kann jemand haben. Ich hab einen LS-Pack gefunden. Ja. Ja, ich hab deinen Rucksack auf, den gleichen Inseln. Sven vielleicht. Ja, aber ich wollte gerade sagen. Zehn Minuten. Zehn Minuten, ja. Vielleicht finden wir ja vorher noch ein paar Antibiotics. Ich hab auch noch eins, hab ich noch. Wenn ihr jetzt genau unter uns landet, sind wir am Brandenhaus. Okay, ja. Ja, könnt doch ausatmen. Aber diese ganzen scheiß Straßen sperren hier. Da muss ich hier voll drum herum cruisen. Meinst du, du kriegst das hin, auf der Straße sogar zu landen? Ja. Also auf der Kreuzung davor? Ja, ich bin hier davor. Also auf der Kreuzung davor? Ja, ich bin hier davor. Kreuzung wäre optimal. Ja. Oder du landest auf dem Krankenhaus. Wo ist denn das Krankenhaus? Ja, direkt hier rechts. Nee, nee, lass uns mal sein. Nee, lass uns mal sein. Okay. Nee, lass uns mal sein. Lieber auf der Kreuzung. Ja. Wenn du das machen willst, dann lass uns das lieber an. Und wir es kommen an. Das geht. Aber es ist auch keiner gut da. Was denn mit der Kirche? Kann ich auch mal spawnen, ja, ne? In der Kirche, ja, da spawnen aber fast immer nur Heilige Bibeln. Das fackt mich voll ab da. Witzel nicht davon. Ich nicht so ganz, äh. Ja, ja, ich bin jetzt mal. Nimm mal einen der EMG und schieß mal unten bitte einer und die Gläser. Wohin? Einfach unten auf das Glas bei Land, da vom Krankenhaus. Achso. Ja, ich bin da. Also das MG mit der Munition ist leider auf der falschen Seite. Ja. Aber warte, ich kann das für mich nachladen. Oh ja. Nee, kannst du nicht. Ja. Ja, jetzt hab ich schon einmal nachgeladen. Geht der noch nach vorn, oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, was mit dem Master ist, aber der ist safe. Oder? Nein. Ja, ist safe, ist safe. Einfach gerade runter jetzt. Oder? Ist der safe? Ja, ja, das geht. Ja, ist safe. Ich hab 5 Muffinen mehr. Ist hier nicht. Ist hier nicht. Ich verstecke alles. Wollen wir hier campen? Oder wollen wir woanders hingehen? Ja, wir müssen auch mal aufs Krankenhaus drauf. Da sind auch manchmal was. Ja, aber schon gut. Da ist nichts. Ich tocke hier mal in die Tür. Hast du? Ja, ja. Ich komme hier. Wo bist du denn? Hier vorne. Hier links, hier links, hier links. Ah, nice. Alter. Willst du es auch aufnehmen? Bitte. Ja. Darf ich es abschießen? Oder? Oh, wie nice, Alter. Endlich wieder Ruhe. Ja, der kommt mit einschränkt wieder los. Oder war der noch? Nö, wir looten hier jetzt noch, oder? Ja, gut dann. So machen wir. Wer hat mein Zeugen? Das ist im Genie. Oder? Ja, nicht alles. Das ist im Rural, glaube ich. Das habe ich alles in den Rural gepackt, oder? Habe ich alles mit mir. Okay, ist das noch. GPS, GPS. Doch, ich habe den GPS und deine Matches. Komm her. Du stehst ja schon da. Ja, doch am Pen. Kurz. Den Rucksack kann ich mal schließlich schnappen, wenn er will. Wenn der da drin liegt. Ja, dann würde ich lange nicht mehr nehmen. Ja, den. Ich gebe dir auch. Hast du eine Axt, oder soll ich dir die wieder geben? Ne, die gibt es. Passt schon. Ich hole mir da wieder eine neue. Und dem Uralik ja auch noch was. Guck mal gerade, was ich noch habe. Wie noch viel Lars habe ich. Der Lars habe jetzt schon. Also hier lag Platzhecht, das habe ich mir gerade geholt. Sonst war von dir hier nichts mehr. Ja, ja. Sorge halt. Ja, optimal. So muss das laufen. So, jetzt schauen wir uns hier noch ein paar Häuser an. Wo gehe ich denn? Ich glaube, ich gehe mal in die andere Richtung. Wo bin ich denn? Wissen wir. Ähm. Ich muss mal gucken. Äh hinten im Heli ist noch der Revolver drin. Ich weiß nicht, ob du den haben wolltest. Achso, stimmt. Der Revolver ist. Ich habe noch einen wieder gefunden. Ich habe eben noch einen Revolver gefunden. Ich habe noch einen Revolver gefunden. Ja, den willst du dir denn. Ich habe noch keine Secondary. Dann bitte schön. Den schaffst du doch ich mal. Ja. Der bringt ja doch, ich habe alles hier reingetan. Also wenn du mal gucken kannst. M4 0 A 3 Pokemon. Geil. Ja cool, stimmt, ich habe eine schallgedämpfte Pistole, ich kann die jetzt einfach töten oder so, wie man sieht. Schnauze Peter. So, was los? Gehen wir jetzt? Ja, die habe ich ja auch schon. Ja, also ich habe jetzt meinen Revolver. Ab ins Krankenhaus. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den Ural nicht im Wasser versenke. Ja, das wäre nicht cool. Überhaupt nicht. Jetzt war kein Spaß dran. Dann können wir dich nur noch eins hoptern. Habt ihr gesehen, was ich geschrieben habe? Mein Gott, krass. Spasti. So, wir konnten noch hier die 15 Minuten bleiben, wenn wir hier in Instagram die Start machen. Achso, ja. Okay, ich bin da. Lass einfach hier chillen. Ja. Könnt ihr doch mal kurz in den Supermarkt anschauen und so. Ich renne hier erstmal ein bisschen rum einfach. Ob ich hier irgendwas finde. Ad hoc. Könnte ich da vorne in das rotere Haus sein? Ich bin einfach in die andere Richtung gegangen. Mir läuft jetzt keiner mehr. Da ist einer. Vielleicht wird der ja angelockt von eurem. Ich bin da. Okay, ich bin angekommen und der Truck ist eigentlich ziemlich gut versteckt, muss ich sagen. Gut. Ja, gut. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Oh, ein Priester. Cool. Amen. Mit dem hat einer Bibel dabei keinen Schwecken. Ich bin ein schlechter Priester, der hat gar nichts dabei. Was mache ich denn jetzt hier? Da liegt ein Schlauchboot, krass. Ja cool. Ich würde sagen, das Fahrstrick wirklich, oder? Oh man, eigentlich nicht wirklich, oder? Aber ich geh jetzt trotzdem... Was denn? Ich geh zur Feuerwache. Ja guck mal, hier haben wir eine andere Feuerwache, Mann. Ich bin mal kurz für 10 Minuten raus, ich mach mal kurz was zu essen. Jo jo. Okay, bis gleich. Bis gleich.